Tröstende Worte an die Familien, die von der Krankheit zerrissen sind. Aber ist er zu selbstbewusst? Viele kritisieren die Taktik von AIM. Diese sogenannte Resistance-Armee wird jeden Tag stärker. Ich bin Phil Sheldon und berichte live vom A-Day-Jubiläum. Sie wollen einfach nicht sehen, was wirklich passiert. Jetzt kommt schon. Wo seid ihr denn hin? Es muss hier einen Hinweis geben. Hallo ihr. Wenn ihr es rausfindet, kopiert alles. Wir finden euch dann. So ist es besser. Wow, Retro-Stag. Können wir kurz reden, Beta? Ja, klar. Die Mädchen brechen bald zur Moschee-Freizeit auf. Es ist noch nicht zu spät, mit ihnen mitzufahren. Das war heute? Kamala, wir haben das besprochen. Auf die Freizeit mitzufahren ist die Gelegenheit, hier rauszukommen. Mal durchzuatmen, zu lachen. Na, Kia wird sehr enttäuscht sein, wenn du nicht fährst. Du hast recht. Ich überleg's mir. Gut. Sehr gut. Sie haben auch Eiscreme. Oh, und das Beste ist, es gibt keine Jungs, also viel Spaß. Ich hab dich lieb. Ich dich noch mehr. Aber du verstehst nicht. Okay. Wo waren wir? Passwort-Hinweis. Erste Liebe? Hm. Oh. Was? Komm schon, Kamala, du schaffst das. Oh, klar. Ja. Verdammt. Kommt schon, Jungs. Oh nein. Das kann doch nicht. Oh mein Gott, ich bin drin. Ich bin drin, ich... Ich glaub's nicht. Oh. Ja. Alles kopieren. Gesegnet sei dein Riesen-Ego, Tony Stark. Was ist das? Nichts, nein. Nein, nein, nein. Oh. Gesperrt. Ich weiß, das hier ist was. Ich muss ins Hauptquartier. Da hab ich wohl jemanden aufgescheucht. Ich muss zum Hauptquartier und rausfinden, was auf dem Stick ist. Ich muss ja auf dem Weg. Das kann ich nicht hinzugehen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Und ich muss mir eine Brille machen. Ich muss mich einfach nicht in den Drvs-Ego. Und durch dich meine Brille machen. Das ist das, ohne Schrozen für mich zu sagen. Ich muss mich über 911 sehen. Ich muss mich überholen. Ich muss mich überhören. Das ist ja noch nicht nicht. Das ist das Blumen. Ich muss aufnehmen. Das ist ja tun. ich muss mich überhören. Das war's für heute. Ah, danke für die Unterstützung. So geht's. Zurück im alten HQ. Unordentlich, aber mein. Oh, Amir würde bei dem Anblick ausrasten. Aber mein Bruder rastet ja sowieso bei allem aus. Sieht ziemlich abgenutzt aus. Ob's die auch für extra große Schläge gibt? Ich brauche meinen Laptop. Okay, dann lass mal sehen. Die Chimera. Das muss die Videoüberwachung des Reaktors sein. Dr. Tartan. Aber der sollte doch auf dem Kommandodeck sein. Ah, Cap. Was ist da los? Niemals. Tartan hat ihn eingesperrt. Es gab keine Fehlfunktion. Er hat Cap getötetet. Oh Gott, er hat Cap getötet. Was? Tiny Dancer? Oh nein. Heroes Park? Ah. Eine Falle. Und wenn es keine ist? Jemand sollte sich das ansehen. Sei einfach klug, Kamala. Übergib die Beweise und es ist erledigt. Hallo, ich bin Dr. Starr. Ich bin der Führer und wunderbar. Ich bin der Führer und der Führer. Ich bin der Führer und der Führer der Führer der Führer der Führer der Führer der Führer. Pssst. Ich glaube, jetzt geht's runter. Die Katastrophe an Bord der Kamala, dem Fakten der Avenger, machte San Francisco den Erdbodengleichen und forderte tausende Todesopfer. Hunderte Überlebende wurden mit gefährlichen, unnatürlichen Kriegkeiten infiziert. Der Inhuman-Krankheit. Selbst der anerkannte Dr. Ben konnte die Nachlässigkeit der Avengers nicht steuern. Hallo? Ein Inhuman wurde in der Nähe geortet. Ihr ist Inhuman-Protokoll Sektion 3 unter Sektion 8.2. Bleiben Sie bitte stehen, während wir sie scannen. Was? Hier ist einer? Schau, 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 Schatz. Bleib ruhig. Scan abgeschlossen. Keine Frage gefunden. Danke für Ihre Mitarbeit. Wenn Sie uns Ihre Meinung zu Ihrem heutigen Scan mitteilen möchten, können Sie auf der AIM-Webseite an einer Umfrage teilnehmen. Vielen Dank. Wer braucht Hightech-Sicherheit, wenn nur ich diesen Sprung schaffe? So gehe ich zum ersten Mal zum Park. Äh, vorwärts, oder? Wenn Tarten beim Kommandodeck lügt, wer weiß, bei was er sonst noch alles lügt. Hallo? Ich bin Dr. John Stein. Und Rutschpartie! Was hab ich mir bloß gedacht? Ah! Oh Mist! Nicht elegant, aber geschafft. Okay, jetzt zur Cap-Statue. Hallo, Heroes Park. Lange nicht gesehen. Als Kind haben mich meine Eltern oft jeher mitgenommen. Alles Inhumans. Alle vermisst. Deshalb macht Abo sich solche Sorgen. Der erste sogenannte Inhuman. Wow, schon vier Jahre her. Das ist ein guter Platz, um die Cap-Statue zu beobachten. AIM reißt hier alles für seine neue Klinik ab. Was für eine Verschwendung. Das ist zu lange her. Ein kleiner Taner? hey 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 wo willst du hin nach hause wirklich jetzt schon hey willst du ein drink nein nein danke was erweist du deinen respekt ich nehme nur eine abkürzung das ist alles leute eine abkürzung klar cooles feuerzeug du willst dass sie zurückkommen so dass sie mehr von uns töten können was nein 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 was denn dann stehst wohl auf in humans kommt schon leute der kerzenjunge hat eine freundin sag check mal ihre tasche was ist bloß los mit euch typen ich will nur nach hause okay mein kleiner bruder war beim a day er schrieb irgendeinen blöden scheiß über captain america das war nicht kämpfschuld alles ihre schuld erst ein lila freak geworden und dann haben sie ihn entführt beruhig die heck es reicht jetzt ist er tot er ist tot sie ist eine von denen halt sich fern von ihr wir müssen weg alter alles okay komm lass uns verschwinden fass mich nicht an Du bist doch tiny dancer oder nicht was soll ich damit machen wovon redest du bitte lass mich einfach gehen ich muss weg wenn sie mich kriegen landet mein bild auf dieser wand die hin wollen gehe ich nicht hin kein anzeichen von flüchtigen in human verdammt sie sind überall kann ich noch nach hause wissen sie wer ich bin ganz recht dein freund braucht deine hilfe so komm ich raus vorne sind zu viele wachen zum park hat sie gesagt trifft tiny dancer hat sie gesagt blöd 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 ein jes für gut lang die 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 in den in den den Denk nach, Kamala. Denk nach. Finden sie dich nicht. Kanalisation? Hoffentlich sind die Nichtschwimmer. Oh, Git! Kanal-Echsen, ich komme. Oh nein, das ist noch widerlicher. Oh nein, sie kommen durch. Ja. Eigentlich wollte ich heute keine Müllcontainer rumschieben. AIM lässt auch Menschen nach mir suchen, die teleportieren können? Alles frei. Oh nein, sie ist trotzdem ein Risiko. Oh, schön, du bist wach. Es tut mir wirklich leid. Diese Synthoids folgen nur ihren Sicherheitsprotokollen. Der Diebstahl privater Information ist ein ernstes Vergehen. Monika, geben Sie einen Moment. Hey, was geht hier vor? Wohin bringt ihr mich? Dorthin, wo es sicher für dich ist. Entschuldige. Ich weiß, ich kann mit meinem holographischen Ich nicht mehr mithalten. Aber es ist ein nützlicher Trick für die Aktionäre. Dr. Taten? In der Tat. Wieso hackst du dich in unsere Server? Ich hab nichts gestohlen. Hast du etwas gesucht? Das Heilmittel vielleicht? Kamala. AIM hat nur vor uns alle von der Willkür der Reichen und Mächtigen zu befreien. In den Händen Einzelner ist unbegrenzte Macht gefährlich. Sie ist tödlich. A-Day ist ein Beispiel dafür. Du hast Glück, dass du noch lebst. Aber mit Technologie können wir ihre Fehler beheben. Wir können dir dein normales Leben zurückgeben. Hören Sie, ich... Ich hab das Passwort nur erraten, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass ich's schaffe. Sie ist gewalttätig. Ihre Infektion verschlimmert sich wohl. Was? Ich wollte doch niemanden verletzen. Natürlich nicht. Aber was passiert, wenn du wieder die Kontrolle verlierst? Hm? Was passiert, wenn du... jemanden verletzt, den du liebst? Sogar die Avengers mussten für ihre Hybris büßen. Ähm, waren Sie da? Ich meine, als Cap-Stab. Waren Sie da? Ja. Ich hatte Glück. Monika fand mich auf der Kommandobrücke. Ihre regenerative Formel war meine Rettung. Komm schon, Kamala. Tun wir's einfach. Ja? Lass dir von AIM helfen. Danke, ich verzichte. Verdammt, George! Schnappt euch das Mädchen, los! Toll, Kamala. Du hattest gerade dein Outing als Inhuman. Du Blöde. Was hast du denn gedacht, ha? Der Resistance beitreten? Eine Heldin werden? Ich kann nicht mehr nach Hause. Ami, Abu, die würde ich in Gefahr bringen. Ich hab's richtig verbockt. Jutta. Die alte Shield-Basis. Die Resistance weiß, was zu tun ist. Sie wurden ausgeliefert. Ach, shit! Sie wurden identifiziert. Ergeben Sie sich. Dann geschieht Ihnen nichts. Shit! Klappt die Shield-Basis. Kein Versteck. Ich muss aus der Stadt raus. Ich muss aus der Stadt raus. Was? Stehen bleiben! Kamala Khan, bleib stehen! Sprich, spring! Jaaa! Ich bin nicht zufrieden. Ich muss nicht bleiben, um es auszufinden. Jaaa! Ich muss nicht auf der Stadt rauskämpfen. Okay, gehen wir's an! Kamala Khan! Bitte ergeben Sie sich den Aim-Einheiten! Ihr wollt Kräfte sehen? Na schön! ID positiv! Angreiferin ist Inhuman! Was hat mich verhast? Empfehle Fernkampf! Sind das Granaten? Jaaa! Teure... Projektive! Kommt schon, kommt schon! War das alles? Verstärkung eingetroffen! Geben wir doch unseren neuen Freunden! Nein! Nein, nein, nein! Der hat's! Großartig! Meine Lieblinge! H來了! Napper Versuch! Aber dafür hab' ich geübt! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, es ist wie beim planarischen Plattwurm, nur menschlich. Genau. Und alle Erinnerungen des ursprünglichen Subjekts werden gespeichert. 0-925 kann wirklich mächtige Energieschübe erzeugen uns. Und das sind mindestens ein halbes Dutzend mit erstaunlichen Feuerfähigkeiten. Wir schaffen uns ein Arsenal. Programmierbare Macht unter unserer Kontrolle. Keine Helden und keine Fehler mehr. Wird Zeit für eine neue Dosis. Mir geht's gut. Sie lagen sechs Monate im Koma. Und davor konnten Sie Ihren Husten kaum unterdrücken. Noch einige Dosen meiner regenerativen Formel. Und Ihre Behandlung ist abgeschlossen. Sie stellen an diesem Denkmal immer noch Kerzen auf. Wäre der Hammer nicht, hätte ich's schon eingerissen. Hören Sie auf damit. Wieso soll die Öffentlichkeit denken, dass sie sich noch um die Avengers sorgen? Meine Leute werden das schon erledigen. Wir müssen Adeptoid starten. Du hast recht. Diese Version ist vielleicht ein bisschen... stärker. Ist sie stabil? So ziemlich. Das ist unglaublich! Okay. Das ist klar. Dies ist der Anschluss von Yusuf Khan. Hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe zurück. Hey Abu, ich habe deinen Rat befolgt. Ich bin mit den anderen zu diesem Ferienort gereist. Unglaublich, dass mein Handy hier überhaupt keinen Empfang hat. Ich kann hier tatsächlich nur über diese Telefonzelle jemanden anrufen. Jedenfalls, du hattest recht, wir haben richtig Spaß. Ich bin Sonntag wieder da. Ich werde artig sein. Hab dich mehr, Lieb. Ich werde das nicht über diese Telefonzelle jemanden anrufen. Ich werde das nicht über die Telefonzelle jemanden anrufen. Ich werde das nicht über die Telefonzelle jemanden anrufen.